Hey, wait, you don't think you can just parade in, do you? Oh, thanks for your lucky. Let me transform you into a golden cicada, so you may follow the fires ahead and scout this mountain unnoticed. All right, Beagle. Hey, I'm a little flyer. In the depths of black windmountain, there are secrets galore. The cicada falls, will help you explain yourself. I know, you don't get this full quality over the stream, but I see it in the best quality. That's really crazy. One minute, that won't come easy tonight. So. Have I done it? I don't know. Everything happened. 36 degrees on the balcony. Oh, ey, it's wärmer wie bei uns in Spanien, crazy shit. Kann ich mich jetzt schon zurück verwandeln? Ja, oder? Ah, ja, okay, das ist der Feuer-Dude. Das er halt genau in der Sekunde auch schlagen muss. Nein, 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 nein. Ah, okay, okay. Oh mein Gott! Wir haben ihn. Wir kriegen ihn, Jungs. Wow! Nein, 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 nein! Er kriegt mich! Was sag ich da, Bro? Ich hab dir nichts getan! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Nein, 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 nein! Nein! Hallo? Was war? Ayu? Ayu hat gesagt, ich hab dich. Halt, halt, halt! Ich hab gelogen! Ich war's! Ich war's! Alles ich! Meine Schuld! Yes! Moin, nasty boy! Was geht? Oh, wait! Oh, wait! Ich hab nen neuen Stab, glaub ich, oder? Nee, warte mal, das ist der Zauber. Der wirbel macht jeder Stoße die Flamme einfach. Aber so kann man sich in einem Wolfsgeheim beliebt haben. Okay, okay. Let's go. Okay. Haben wir hier auch so ein Ding zum Rasten? Nee, ne? Ist das krass! Ja, Leiste unten, man sieht's viel besser irgendwie. So ein kleiner Unterschied zu Dark Souls, ne? Da ist es ja oben. Das ist ja krass eigentlich, du hast recht. Oh. Einmal zerschlagen. Zwar ohne Ton, aber Chat, wie findet das, äh, Dev das Game dann so? Ey, Lucy, 10 von 10. Du hörst mich zwar nicht, aber vielleicht sagt das, schreibt das jemand rein. Man kommt Black Ops 6 am 25. Oktober. So, jetzt gehen wir nochmal zurück hier an dem vorbei. Heilen uns kurz. Wollen wir uns geheilt haben, machen wir den nächsten. Ich muss gleich hier irgendwo sein, da. Ähm, dem Magen geht's ein bisschen besser, mein Lieber. Aber, äh, ich werde auf jeden Fall eine Sache nicht mehr tun. Eine Caroline Reaper essen. Caroline Reaper. Werd ich nicht mehr essen. Nie wieder. Das ist zu krass gewesen. Oh Gott, dieser Boss. Oh mein Gott. Ich hab alles vergessen, ne? Wisst ihr das? Das ist ja krass. Das ist ja krass. Was ist das? Ich hab die. Ich hab die. Ich hab die. Ich hab diese. Ich hab die. Ich hab die. Ja, was? Ich bin doch ausgewichen. Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Was sachtest du denn? Wir hoffen uns einfach aufs Beste! Wir hoffen jetzt einfach aufs Beste, dass das hier richtig ist. Geht doch. Uff. Ja, ist richtig. Okay, okay. Oh, okay, okay, okay. Ich wusste ja nicht, dass das so ein krasser Dude ist. Okay. 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 Wow. Danke für die zwei Likes auf dem neuen YouTube-Stream. Vielen Dank. Einfach Mo. Let's go. Der vierte Boss. Was kann der? Wow. Okay. Okay. Wow. 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 Wow, jetzt hör doch mal auf hier. Nein, er hat es geschafft, ihn zu dodgen. Scheiße. Ja, ich hätte nach rechts ausweichen müssen, ich habe es verstanden. Oh mein Gott, schau jetzt Formel 1 bis später, reibe viel Spaß bei der Formel 1, mein Bester. Ja. Oh nein. Oh nein. Wow, first try. Vierter Boss, first try. Krass, ey. Da kann ich schon mal, also habe ich am wenigsten erwartet. Ich kann ihm manchmal einfach nicht ausweichen, das ist so krass. Guck mal, jetzt ist der Freeze wieder weg. Der Freeze ist weg, ich habe halbes Hab. Bring mich bitte gleich um, ich will jetzt nicht warten. Bitte töte mich. Töte mich. Töte mich. So, schneller. Pilmeni, oh, Pilmeni hatte ich richtig Bock. So, mal gucken, ich gehe jetzt ein bisschen schlafen. Mal gucken, ob du noch spielst. Hab das Bock gekillt. Das ist aktuell noch nie jemand gespielt. Pilze sammeln gehen. Boah, Pilze sammeln auch geil. Pilmeni mit Crème fraîche. Oh, da habe ich so Bock. Meine Mutter macht die besten Pilmeni. Von Babuschka. Von Oma. Gekaufte. Boah. Ich glaube, wir machen demnächst mal einen Pilmeni-Stream. Dann hocken wir uns in die Küche und machen wir alle zusammen Pilmeni. Hast du die Kiste eingesammelt auf dem Weg runter zum Boss? Welche Kiste? Nee, keine Kiste zum Boss. Gibt es hier irgendwo eine Kiste? Death. Nee, hat er nicht. Hilft mir die Kiste? Ich hatte ihn halt auch schon fast besiegt, Mann. Das ist das Allerschlimmste an der Sache. Ich hatte vorhin einen Bug und der Bug hat mich alles gekostet. Oh Mann. Hilft nicht. Okay. Wie läuft die Arbeit, Chemika? Dass dieser eine Schlag kommen muss. Okay. Oh my God. Ich hוב� mich nichts. Und ich habe ihn eine Kiste. Okay. Okay. Und ich habe ihn auf Badmisch. Ich warte ihn auf. Ich hatte ihn. Ich habe ihn auf. Ich habe ihn auf. So gut, dass ich zugucke. Okay, Phase 2. Das Problem ist, draußen ist schlechtes Wetter. Sonst wäre ich schon lange IRL-Stream machen gegangen. Aber draußen ist leider Unwetter. Also es regnet halt. Jenga, es ist so dumm, ne? Nein! Nein! Jenga, es ist so dumm. Es ist so dumm, es ist so dumm, es ist so dumm. Es ist so dumm. Ich habe am Anfang so viele Fehler gemacht, eigentlich hätte das positiv ausgehen müssen. Hätte ich die Fehler nicht gemacht, hätte das viel besser geklappt, auch bei dem Feuer-Ding. Ich habe bei dem Feuer-Typ keinen Schaden gemacht und die Ult mit dem Baby-Kopf hat leider daneben gehauen. Das sind drei Punkte, die ich gefällt habe. Gerade der Fight am Anfang, das war ein Viertel HP. Also ein Viertel Balken. Das könnte ich einsparen. Dann natürlich, dass der oben gefreezed war. War das Problem. Dass ich keine normalen Hits machen konnte. Okay, unter Babyschaden. Also Feuerschaden, Babyschaden hat komplett gefehlt. Und es wird besser. Es wird besser. Regen macht schön. Ja, das Problem bei Regen ist halt das Kamera-Equipment, ne? Das ist ein Viertel-Spot. Es wird besser gemacht. Hey. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, das war ein guter Try, Leute. Das war ein guter Try bisher. Phase 2. Wir haben fast alles ready. Wir haben fast alles ready, Chat. Wir haben fast alles ready. Wir müssen uns jetzt einmal heilen. Schaffe ich das vorher, die erste Heilung durchzuboxen? Oder erst dodgen? Dodgen oder heal? Oder? Okay. Nein! Nein! Phase 3 bitte nicht vollkommen, wie er jetzt gesagt hat Phase 3. Scheiße. 140er Puls. 140. Oh mein Herzschlag. Es tut mir leid. Oh shit. Ich kann nicht mehr.